Wir wollen mal wieder gemeinsam schauen, was Deutschrap technisch unser Nachwuchs so zu bieten hat. Ist das etwa ein Glockenbeat? Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Rapper. Let's go! Oh nein, ich esse ihn wieder. Mein Name ist Robin, du kannst mich nicht toppen. Hab ich Bock, werd ich dich toppen. Danach kannst du direkt für mich kochen. Schmeckt das Essen? Dann ist's gut. Schmeckt das nicht, dann fließt dein Blut. Wilde Lines, Bro! Schmeckt nicht, fließt dein Blut. Robin, du kannst mich nicht toppen. Luca, Kuss und Gruß geht raus. Danke, dass du manchen Kandidaten noch eine zweite Chance gibst. Komm her, mal. Es ist zu wild. Was? Oha, lass doch den armen Lehrer in Ruhe. Aber können wir bitte ganz kurz festhalten, wer auch immer da im Hintergrund die Adlifs gegeben hat, die waren ne 10 von 10, Bro. Aber wisst ihr, wer noch gute Adlifs hat? Goldkrone! Und kein... Das ist gerade der Anfang, doch ist es glasklar, dass ich einfach am besten klinge, einfach der beste bin. All deine Vibe für Chino zu hässlich sind. Schon jungen Jahren wollte ich MC sein, sein, so wie Tupac sein, so wie 50s. Bitten ja wie Eminem, sitzen in einem Cadillac, fahren Richtung Venice Beach. American Life Style. Voll jetzt, der ist kaputt, Digga. Ähm, hä? Äh, also ich weiß jetzt nicht, ob es an meinen Kopfhörern lag, aber kann es sein, dass die Jungs einfach mal unter Wasser alles aufgenommen haben? Bruder, ich fühl deine Lines anders. Stimme ist am drinnen auf der Stage, Gott damn, ja, mein Brot's like to wave, Was wenn ich und stelle den Rantro of Rates, Smile, Hollywood, ich fühl mich, bin ein Video zu taste. Mama, call dich, ich verpläst, oder crem? Usana's getting to a whole new level. Ich war allein auf der Bühne, so wie Rabbit, Ja, mein Chatter war die Straße, und statt Eminem verbräst. Coach Bennett. Digga, ist fresh. Ziemlich fresh. Ist er überhaupt noch Instagram-Rapper? Ich weiß nicht, zum wievielten Mal Coach Bennett dabei ist, aber der Typ war bis jetzt in jeder Episode fresh. Grüße gehen raus von mir. Ich bin gespannt, was in Zukunft noch alles so kommen wird. Seiten auf null, Silber die Kette, PN sitzen nachts, wenn ich steppe, 5, 8, 7, und wenn ich rappe, Outfit geleckt wie der Benz, den ich lecke. Seiten auf null, Silber die Kette, die Ehren sitzen, nachts, wenn ich steppe, 5, 8, 7, und wenn ich rappe, Outfit geleckt wie der Benz, den ich lecke. Bro, es war so gut, den Benz, den ich lecke, warum dann den BMW? Digi, falls du das hier sehen solltest, das nächste Mal, wenn du ein Benz brauchst für dein Musikvideo, melde dich bei mir. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett drauf. Wenn du den Kanal unsympathisch.tv noch nicht abonniert hast, könnt ihr jetzt auf kostenfreier Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Falls ihr das nicht tun solltet, Robin, dann fließt dein Blut. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Ich brauche dieses verletzte Kalb, das sich von der Gruppe trennt. Da ist es doch, das verletzte Kalb. Nein! Hier ist ein Minusgrade, hier ist ein Minusgrade! Hier ist ein Minusgrade! Ich muss hören, wo du bist!